also als erstes sind so die handelsüblichen blechwinkel die gesetzt werden man setzt die auf gesagt meine hilfe von der breite her hier ist dann zum aufschrauben her und dann wieder seht ich komme daran und der verschiebt sich ein wenig was wir jetzt dabei entdeckt haben ist dieser winkel das ist mit so einem dorn der wird dann einfach aufgesetzt steigt das mal ich halte wirklich das maß komplett auf länge und schlage diesen dorn nach innen somit ist der winkel schon etwas gehalten und ich kann einfach in fest schrauben er verrutscht man nicht mehr muss sagen ist eine kleine hilfe